Leute, 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 wir haben 5 vor 12, das war die Uhr von der Waschgauberda, ich zeige euch mal, so, also das ist die Waschgauberda und die hat totalen Stress, weil die muss in 5 Minuten fertig sein, die Wäsche hat sie schon aufgekickt, wie wir da sehen, was haben wir denn da alles, oh, ein krasser Hosen und die Strümpfe, Wahnsinn, Wahnsinn, das sind Strümpfe, so, also, wir haben 5 vor 12 und deshalb müssen wir uns beeilen und weil ich der Waschgauberda jetzt ein bisschen helfen will bei der Wäsche, habe ich jetzt auch keine Zeit mehr für euch, macht's gut und tschüss.